So, los geht's mit einem weiteren Kampf und herzlich willkommen bei Pokémon Tekken Dx von Leherk vs. wer auch immer. Mal gucken, wer dran kommt. Die Suche läuft. Und eine Herausforderung wurde gefunden. Wen haben wir da? Mewtwo. 342 Siege. Schon wieder aus Italien. Der Herr Diego. Okay, das sind einige Siege, die er da schon hat. Schauen wir mal. Der hat auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr KP und hält auch wieder dementsprechend mehr aus. Aber er ist eigentlich auch etwas langsamer, dieses Mewtwo. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Er kann ungefähr dieselben Sachen. Oh, der Schatten-Youtube wäre jetzt schon wieder fast tot gewesen. Oh, der Schatten-Youtube wäre jetzt schon wieder fast tot gewesen. Ja, der hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Na. Nein! Na gut. 1-0. Das hat noch nichts zu heißen. Klar, ich habe jetzt doppelte Arbeit. Er muss noch einmal. Gewinn nicht zweimal. Abwarten. Ja, genau. Was macht ihr denn da? Mit mir. Halt, ich gedrückt. Das ist doch ein Mist. Geht doch. 1-1. 1-1. Mein Knack-Rack-Dick-Disch. So, jetzt geht es um die Washed. Da ist sogar zwei Lügen über mir, sehe ich. Ah, hat nicht reagiert. Okay. Eigentlich wollte ich mich schützen. So, Mist. So, Mist. Ey. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich gerade mein Limit ausführen, ey. Och, das war jetzt echt blöd. Zwar dreieinhalb Sterne, aber trotzdem blöd. Minus 7, 30 Punkte. Na, super. Aber ganz ehrlich, so stark war der jetzt nicht. Den hätte ich eigentlich besiegen können. Aber leider war es nicht so gekommen. Okay, vielleicht sieht man sich ja noch ein weiteres Mal irgendwann. Und wir sehen uns beim nächsten Kampf, beziehungsweise hören uns und... Ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.